Willkommen zum nächsten Video. Ich bin der Dennis. Ich bin Andreas. Und wir sind Sonax Master Trainer in der Schweiz. In dem Video wollen wir euch gerne mal den Multistar vorstellen. Ein wunderbarer Vorreiniger oder Reiniger. Andreas, was können wir denn von dem Produkt erwarten? Ein von mir, ein absoluter Lieblingsprodukt von Sonax. Kann ich mich anschließen? Also es ist ein APC, ein All-Purpose-Cleaner oder ein Allzweckreiniger. Das Schöne ist, es ist ein extrem vielseitiges Produkt. Man kann es von 1 zu 5 bis 1 zu 50 verdünnen, je nach Anwendungszweck. Ihr könnt es als Vorreiniger verwenden. Ihr könnt es als Zusatz zu einem Autoshampoo verwenden, um die Reinigungsleistung noch einmal ein bisschen erhöhen. Ihr könnt es verwenden, um im Aussenbereich einzelne Bereiche abzupinseln, zum Beispiel Embleme oder Schriftzeuge. Ihr könnt es im Innerenraum zu Stoff, zur Oberflächenreinigung verwenden. Ihr könnt es in einem Tornado verwenden. Es gibt eigentlich fast nichts, was man mit diesem Produkt nicht machen könnte. Was dazu kommt, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt bei diesem Produkt ist, er riecht nicht so stechend chemisch wie andere APCs von anderen Herstellern. Das gefällt mir sehr gut. Bergfrischer. Was eben gerade auch wichtig ist, wenn man ihn im Innerenraum verwendet, aus meiner Sicht, wenn man da einsteigt und dann den komischen Reinigungsgeruch hat, den habe ich nicht so gern. Darum verwende ich den auch sehr, sehr gern im Innerenraum. Ja. Obwohl er so gut reinigt, ist er sehr, sehr, sehr materialsicht. Ich habe es noch nicht erlebt, dass der Reiniger irgendein Material schadet an einem unlackierten Kunststoff, an einer Metalloberfläche oder so etwas erzeugt hätte. Wichtig noch, wir haben ihn noch in einem kleinen Kanister. Verschiedene Füllmengen, das ist die Literflasche, aber es gibt ihn auch in 5, 10, 25 Liter Kanister. Und grösser. Und noch grösser, ich glaube bis zu einem 200 Liter Fass. Für alle Profis von euch, für alle Autogaragen, die ständig, jeden Tag mit so einem Produkt arbeiten müssen, da sind sie auch gerade preislich gesehen sehr, sehr, sehr gut aufgestellt. Ja. Viel mehr gibt es eigentlich zu diesem Produkt nicht. Ich sage, es ist kein Hexenwerk, es ist ein Allzweckreiniger. Und da ist der Name Programm, wir könnten für sehr, sehr viele verschiedene Zwecke anwenden. Übrigens auch im Haushalt. Wenn es mit starken Verschmutzungen um den Herd herumzutun hat, funktioniert das extrem gut. Badreinigung zum Beispiel. Ja. Ja, also auch im Haushalt werdet ihr da... Schaut einfach, dass eine neue Frau da nicht ständig in Beschlag nimmt, weil der... Und sonst ein 200 Liter Fass für zu Hause gestellt. Nein, da seid ihr safe und habt Ruhe und habt euer Produkt hier bei uns. Genau. Gut. Ja, jetzt haben wir wirklich alles gesagt, was es dazu müssen gibt. Also der Multistar, wie der Name schon sagt, der ist Programm für ganz viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten verwendbar. Der gehört in jede Autopflegegrundausstatik. Definitiv. Ja. Gut. Gut, dann danke Andreas. Gern. Wenn ihr den Multistar... Star. Star. Multistar, Multistar, oh. I love the Multistar. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Wenn ihr den Multistar schon kennt, dann würde es uns mal interessieren, was ihr davon haltet. Eure Erfahrungen könnt ihr einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Und ja, dann Dankeschön. Gern. Wir freuen uns auf das nächste Video. Tschau. 행정. Ja. ð